Willkommen in den Tiefen der Gräberpfade. Da sind wir hergekommen und dort geht es weiter. So, ja, und, äh, ja, ich darf dich auf jeden Fall willkommen heißen in der nächsten Folge in der Rahl und mal schauen, was wir so alles finden in den Gräberpfaden. Auf jeden Fall finden wir Verlorene, das ist schon mal klar. Da hätten wir ja schon fast drauf wetten können. Oder nicht? Bam, den haben wir weg. Den beschworenen Wächter, den kriegen wir auch gleich. Die sind ja alle kein Problem mehr. Ich weiß noch nicht, welche Stufe das Ganze ist, aber ich glaube, das ist nicht allzu hoch. Ein Fürst. Der Fürst sieht irgendwie cool aus. Eigentlich fast schade, dass man die Gegner meistens nicht so von Namen sieht, oder? Ja, im Nahkampf sieht man sie eher mal von Namen, aber ansonsten. Aber die sehen halt schon cool aus eigentlich, aber irgendwie, ja, meist sieht man die halt nur von weit weg. Nochmal so ein pyräisches Schild, aber wir haben ja schon eins. Ich nehme jetzt nicht noch eins mit. Wir haben ja eh schon wenig Traglast, wie wir ja wissen. Und wir sind leider auch recht weit von dem Myradenturm entfernt, also einfach zurück geht auch nicht. Also wir können schon zurück, aber wir kommen ja nicht mehr so leicht hierher. Das ist das Problem. Deshalb, ja, müssen wir halt mal schauen, dass wir weniger mitnehmen. So schwer es mir fällt, ja, führt glaube ich kein Weg dran vorbei. Okay. Wo ist denn der hier? Pfeile kann man trotzdem mitnehmen, die wiegen ja nichts. Das ist das Gute. Und Knochenmehl nehme ich auch mal trotzdem mit. Aber wir müssen wirklich mal ordentlich was verkaufen, ganz ehrlich. Wir müssen unser Inventar mal wirklich leer kriegen. Dass wir dann auch wieder Sachen sammeln können. Sehr, sehr still hier. Aber es sieht total cool aus. Auch diese Stapel da hinten. Diese riesige. Also, ja, Level-Design ist hier wirklich genial. Ein Ahnengeist. Die sind auch immer irgendwie gefährlich aus. Und sind sie, glaube ich, auch. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber wir haben es eben. Okay. Wir haben den Ahnengeist. Okay, 215 EV. Ich achte gerade mal ein bisschen, wie viele Erfahrungspunkte die so geben. Äh, wie viel war das gerade? 270 EP. Ja, das geht. Für so ein Skelett so ein einfaches ist es eigentlich echt schon ordentlich. So, nach und nach hier mal alles aufräumen. Im Endeffekt sammeln wir hier EP. Ah, sehr schön. Hier haben wir noch Knochenmehl. Hier haben wir noch Knochenmehl. Da haben wir noch Ektoplasma und Geistertuch. Natürlich, Geistertücher immer wieder gerne. Und da vorne läuft noch ein Skelett rum. Das schauen wir uns gleich. Erstmal hier noch die Pfeile sammeln. Und da vorne haben wir noch mehr. Jawohl. Wir müssen so viele Runenpfeile haben. Ganz ehrlich. Unser Inventar ist echt am Platzen eigentlich. Da vorne sehe ich auf jeden Fall die nächste Tagebuchseite. Das ist ja schon mal schön. Aber zunächst einmal sehe ich noch viel mehr. Warum sind hier so viele Wächter und Verlorene und was nicht auch alles? Das ist wirklich ziemlich überproportional viel hier, finde ich. Sonst ist es auch oft recht viel, aber hier ist es schon ordentlich. Eine wahre Seuche schon. So. Okay, aber glücklicherweise sind die ja nicht so stark. Dann hat man die auch recht schnell ausgeschaltet. Und ja, hier haben wir die nächste Tagebuchseite. Wie schon gesagt, Seite 4. Ja, fehlen nur noch drei Stücke. Also wir haben schon über die Hälfte gesammelt. Nicht schlecht. Geht ja doch schneller als gedacht. Und im Endeffekt ist es einfach nur eine kleine Quest, die einen quasi durch das Dungeon durchführt. Das war es eigentlich auch. Aber ist ja ganz nett. So. Ah, der hat nichts dabei. Oder wir haben ihn schon durchsucht. Das weiß ich gerade nicht. Ich habe nämlich ein bisschen die Übersicht verloren. Ist auch egal. Die haben, wenn, eh nur Pfeile oder Knochenmehl dabei. So wertvoll ist es jetzt auch nicht. Wenn wir mal ehrlich sind. So. Okay, dann geht es weiter. Licht von oben. Hier haben sie echt viele auch mit so Beleuchtungen so gearbeitet. Licht, das irgendwo durchscheint und so weiter. Ah. Habe ich schon mal gesagt, dass die Dungeons hier immer so schön designt sind und immer anders aussehen? Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt, oder? Ah. Aber es stimmt halt einfach. Und was ist da vorne? Oh nein. Knochenreißer, kann es sein? Ja. Knochenreißer. Mit denen habe ich keine besonders gute Erfahrung gemacht, weil die verdammt schnell lassen sich von den Spinnen nicht groß aufhalten. Na, wenigstens hat er jetzt, äh, ist er jetzt anfällig. Das ist schon mal gut. Und dann können wir so schnell angreifen. Also das ist echt, die Knochenreißer sind echt gemeine Gegner, muss ich sagen. Die Klaue war zu viel. Natürlich, die Klaue. So, hat er uns ein bisschen, ja wir essen mal was. Eigentlich brauchen wir nicht viel. Ach komm, wir essen trotzdem mal einen Käse. Aber keine Käseräder mehr. Ist ja krass. Okay, dann essen wir einen Kürbis. Ja, okay. Der Kürbis reicht. Und wir können auch wieder schnell laufen. Das ist ja schön. So, aber wie gesagt, am Ende des Dungeons kriegen wir bestimmt noch eine ganze Menge an Zeug. Und dann, ja gut, ganz am Ende können wir auch mit zu viel Traglast uns wegteleportieren. Das geht ja glücklicherweise. Das wäre mies, wenn es nicht gehen würde. Ich glaube, in Skyrim gab es keine Schnellreise, ohne dass man, wenn man zu viel Traglast hatte. Das war immer nervig. Muss man ja immer den Zauber auswählen oder den Trank trinken und dann ging es dann plötzlich wieder. Wir haben auch hier Tränke dabei, aber die möchte ich eigentlich nicht immer... Jetzt habe ich mich hier hochgebackt, so aus Spaß. Jetzt ist ja auch noch eine Schatulle. Eine Edelsteinschatulle. Wie geil ist das denn? Dieses Spiel ist so genial. Ich denke nur, oh, hm, vielleicht kann man sich da hochbacken. Ja, ich backe mich hier irgendwo komplett durch und dann ist da tatsächlich eine Schatulle. Für alle Backfreunde ist da oben eine Schatulle. Schön. Äh, genau. Von oben habe ich auch hier diese Tagebuchseite schon gefunden. Die ist sehr schön. Seite 5. Also man muss auch... Die meisten Tagebuchseiten sind eigentlich so platziert, dass man sie fast immer sieht. Aber man muss durchaus auch manchmal ein bisschen danach schauen. Aber ich schaue mich generell überall um. Von dem her, für mich ist das kein Problem. Aber andere Leute... ...rennen da vielleicht schneller durch. Für die ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, alle Seiten zu sammeln. Ich weiß es nicht. Naja, nachher übersehe ich wahrscheinlich auch eine Seite. Das wird bestimmt noch passieren. Nun ja, es geht weiter. Da vorne sehe ich eine Kiste. Eine dicke, fette Truhe. Und natürlich noch ganz viele Verlorene. Ah, ich schleiche nicht. Das war das Problem. Ich war gerade verwirrt. Hä, warum mache ich so wenig Schaden? Ich mache doch normal immer Schleichschaden. Ja, deswegen. Daran lag es wohl. So, da vorne noch den... Wow, da konnte ich gerade noch den Pfeil ausweiten. So, das wär's. Der Fürst hat wieder so ein Pyräisches Schild dabei. Die sind echt cool, diese Schilde. Und natürlich tragen wir zu viel. Und jetzt haben wir da vorne noch so eine Truhe. Vor allem, man läuft halt richtig langsam, wenn man zu... Äh, wenn man keine, ähm, Dinge hat. Keine Traglast mehr. Aber wir essen noch einen Kürbis. Warum haben wir überhaupt 14 Kürbisse? Das ist ein bisschen viel vielleicht. Naja. Weil jeder hat auch ein bisschen Traglast. Eispfeil Rang 4. Das ist genial. Equilibrium Rang 3 haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir werden es gleich sehen. Knolle, Nebelschwamm und Salz. Muss ich leider alles mitnehmen. Massive Truhe. Ich hab grad ne Idee, wie wir Traglast wegkriegen könnten. Ring des Turms. Aber egal, der ist, glaube ich, viel wert. Den nehm ich trotzdem mal mit. So. Und zwar meditieren wir. Ich wähle aus, dass wir mehr Zutaten erkennen. Und esse dann ganz viel Zeug. An Zutaten. Das ist gerade mein Plan. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal. Meditation. Und dann haben wir hier... Die feinfühlige Zunge. Offenbart eine weitere Wirkung. Schalten wir frei. Dadurch sollten wir jetzt, glaube ich, auch keine Erinnerungspunkte mehr frei haben. Dann gehen wir zurück. Und wählen gleich wieder die Attrappe aus. Oh, Mann, bin ich blöd. Ich wollte Q drücken, nicht Y. Ark. Ark ist übrigens die Hauptstadt von Enderal. Ähm, nein, jetzt... Ja, gut. Toll. So, jetzt aber. So, und stattdessen bitte wieder die... Nicht die Rückkehr. Ja, sondern die Sternlingsattrappe. Und jetzt können wir nämlich folgendes machen. Zutaten essen. Überall, wo wir die zweite noch nicht kennen. Okay, da zum Beispiel noch nicht. Da zum Beispiel nicht. Das kennen wir schon. Kennen wir schon. Kennen wir noch nicht. Kennen wir noch nicht. Kennen wir noch nicht. Kennen wir auch noch nicht. Auch noch nicht. Auch noch nicht. Okay, ja, genau. Gehen wir einfach mal durch. Und dann kriegen wir auch ein bisschen weniger Traglast. Ich weiß nicht, ob es zu viel bringt. Das kann ich euch nicht sagen, aber... Zumindest ein bisschen was bringt es. So, das ist ja auch eine Menge Spaß hier. So, gleich sterben wir wahrscheinlich, weil wir so viele Effekte haben. So. Haha, schaut mal nach rechts. Ach du Scheiße. Ja. Okay, warum auch nicht. Weil manche Effekte machen uns stärker, manche machen uns schwächer. Also kann ich gerade gar nicht so genau sagen, ob wir jetzt stärker sind oder schwächer sind als normal. Ne, da ist nichts mehr drin. Da brauche ich gar nicht reinschauen. Eigentlich. Na gut, dann gehen wir mal wieder voran. Die Effekte sind eh gleich alle weg. Ja, noch ein paar hässliche Ratten. Mu-Ratten. Die lebt noch, die Ratte. So. Aha. Und eine Lehrlingstruhe. Toll. Natürlich, muss gleich noch hier eine Truhe stehen, dass ich wieder Zeug mitnehmen muss. Ah, perfekt. Wenigstens haben wir sie gleich aufbekommen. Einzelteile haben extrem wenig Gewicht. Die Tränke, die Rolle. Das Zauberbuch. Ah, stimmt. Wir haben noch Zauberbücher. Wir haben noch Zauberbücher, Leute. Wir haben noch Zauberbücher. Die sind, glaube ich, unter Bücher. So. Perfekt. Okay, drei neue Zauber. Das hat sich jetzt zumindest ein bisschen gelohnt. Rattenfleisch, Rattenhaut. Okay, noch haben wir genug Traglast frei. Ja, drei ist frei. Drei Punkte haben wir frei. Das ist jetzt nicht so viel. Ich weiß noch nicht, ob die Tagebuchseiten Gewicht haben. Zwei fehlen uns noch. Zwei Seiten fehlen, glaube ich, noch. Okay, hier haben wir noch so ein... Wie heißen wir noch gleich? Irrlicht. Ein mächtiges Irrlicht. Ach du Scheiße. Oh. Ich dachte, das ist wieder mächtig. Aber das ist überhaupt nicht stark. Ich dachte jetzt gerade, wir haben ein Problem, weil das ein mächtiges Irrlicht ist. Aber jetzt ist das nur so ein billiges Ding da. Oh, die sind aber alle mächtig. Okay. Jetzt habe ich doch ein bisschen Respekt davor. Aber so stark sind die echt nicht. Man muss sie halt treffen, ne? Das ist echt... Ja, da haben wir es einmal. Nochmal. Da vorne haben wir noch eins. Wo ist es denn? Da ist es. Zack. Okay. Das hat gut geklappt. Moment, ganz kurz. Gut. So, manchmal fließt nämlich OBS die Preview ein. Das war mal wieder so. Aber ein kurzes Raustaben hat es schon gefixt. So, weil ich sehe gerne, was ich aufnehme. Weil dann sehe ich auch, wenn ich nichts aufnehme. Genau. Auch immer mal wieder überprüfen. Oh, läuft die Aufnahme überhaupt? Weil sonst nimmt man eine Stunde auf und merkt dann, ups, ich habe gar nicht auf Aufnahme starten gedrückt. Das ist immer schlecht. Das ist immer so ein bisschen... Das passiert leider öfters, als man erwarten würde. Und, äh... Ja gut, es ist mir schon länger nicht mehr passiert. Aber wenn es passiert, ist es natürlich ultra nervig. Also, oh. Kannst du alles noch moral machen. Naja, naja. In diesem Fall nehme ich auf jeden Fall auf. Das heißt, ihr hört mich ja gerade auch. Das ist ja schon ein Indiz dafür, dass es geklappt hat. Alter, warum ist alles hier so geil? Mann. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt keine Seite irgendwo übersehen. Wenn wir gleich Seite 7 finden, dann wissen wir, wir haben eine übersehen. Weil wir haben erst 5. So. Au, 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 heiligtum. Ach, das ist das heiligtum. Wieder Knochenreißer, Knochenreißer, Knochenreißer. Rückzug, rückzug, rückzug. Rückzug, rückzug, rückzug. Positiv gesehen, wir brauchen gleich viel Essen. Könnte aber auch sein, dass wir gleich sterben. Dann brauchen wir nicht, äh, ja, dann brauchen wir gar kein Essen mehr. Aber auch kein Problem mit unserer Traglast mehr. Da kann uns die Traglast ziemlich egal sein. Oder gibt es im Jenseits auch eine Traglastbeschränkung? Das weiß ich nicht. So genau habe ich mich mit der Kirche noch nicht befasst. Ah, ach du Scheiße, ach du Scheiße, aber er rennt weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Essen, 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 essen. Äh, Kürbis, aber vielleicht drei Kürbisse. Das sollte, glaube ich, reichen. So, die Klaue nehmen wir mit. Okay. Ja, den Knochenreiser habe ich leider sehr spät erst gesehen. Deswegen, da konnten wir uns nicht mal anschleichen. Eigentlich wollte ich nämlich hier hoch und blauen Quarz mitnehmen. Und Lavendel wollte ich mitnehmen. Und Weizen wollte ich mitnehmen. Und ich wollte noch mehr Weizen mitnehmen. Und ich wollte noch einen Granatstein mitnehmen. Und ich wollte noch Lavendel mitnehmen. Und noch mehr Lavendel mitnehmen. Und was ich noch wollte, ist, äh, die Skarak-Schuhe. Weil das ist ein Set-Gegenstand. Das Problem ist, die sind sehr schwer. Und vielleicht haben wir die schon. Verdammt. Den Wegesreunenhelm brauchen wir glücklicherweise nicht. Die Pelze brauchen wir auch nicht unbedingt. Weil die sind sehr schwer und haben nicht so viel Wert. Das Problem ist, die haben schon, wir tragen schon zu viel. Und wir haben hier noch Weizen. Wir haben hier noch blaue Malfas-Blüten. Wir haben hier noch violette Malfas-Blüten. Wir haben eine Holzschüssel, die wir nicht brauchen. Aber wir haben noch eine Malfas-Blüte da. Genau. Haben wir noch Eisenerz. Eisenerz. Ach du Scheiße. Noch mehr Eisenerz. Warum liegt hier so viel rum? Meine Güte. Ich muss alles mitnehmen. Wir essen noch mehr Kürbisse. So einfach ist es. Was reicht halt noch? Bei weitem nicht. Aber bei, es geht. Die Kürbisse haben echt viel Gewicht. So, jetzt können wir, glaube ich, schon wieder normal laufen. Die Sache ist, es fehlen ja noch zwei Tagebuchseiten. Weil hier habe ich so das Gefühl, es geht schon wieder raus. Aber zwei Seiten will ich noch finden. Ich muss auch wirklich jeden scheiß Pilz sammeln. Jetzt haben wir schon wieder zu viel Gewicht. Da vorne geht es noch weiter. Oh, ein riesiges Dungeon. Wirklich. Aber es sieht cooler aus. Das muss man ihnen echt lassen. Aber sie verteilen viel zu viel Loot da drin, was ich alles mitnehmen muss. Das ist, das, das könnt ihr nicht mit mir machen. Wir müssen die Entwickler doch ein bisschen Rücksicht nehmen. Auf Leute, die jeden Scheiß mitnehmen. Na ja, irgendwie werden wir schon hier auch wieder rauskommen. Vielleicht. Eventuell. Wenn hier bloß irgendwo so eine blöde Eisdingen wäre. Wie Eispranke, genau. Das würde auch schon helfen. Das würde auch schon helfen. Aber nein, keine Eispranke. So, den Fürst. Vor allem hier einmal Attrappe werfen. Weil der Fürst, der will mir doch irgendwie gerade ans Leder. Ach du Scheiße. Bin ich tot? Der hat... Das war ein Schlag. Gut, dass ich so oft speichere. Ach du Scheiße. Okay. Wir machen trotzdem erstmal ganz normal weiter. Wie davor auch. Nur, dass ich diesmal jetzt eine Attrappe reinwerfe. Die die hoffentlich ein bisschen ablenkt. Außer den einen hier. Weil den einen, den kriege ich erstmal. So, jetzt haben die beide hier Anfälligkeit. Dann sollten wir das auch wirklich hinkriegen. Normalerweise waren die Fürsten doch nicht so stark. Ich meine, die sind schon stärker als die normalen. Aber so stark doch nicht. Na gut. Wenigstens haben wir jetzt hier eben den... Okay. Gut. Aber vielleicht hatte der einfach einen kritischen Treffer gelandet. Und das hat schon ausgereicht. Ich meine, wir haben nicht so viel Traglast. Hm. Naja. Äh, wir essen mal wieder einen Kürbis. Ich esse jetzt wirklich nur, um Dinge zu speichern. Ich nehme jetzt mal kein Knochenmehl mit. Weil Knochenmehl haben wir eigentlich viel zu viel. Es ist nicht so viel wert. Ich kann eigentlich sogar... Warte mal. Wir müssen Knochenmehl weglassen. Ganz ehrlich. So viel brauchen wir überhaupt nicht. Hier haben wir 130 Knochenmehl. Wir sind allein schon 50 Gewicht. Ich meine, wenn ich hier einfach mal nur, in Anführungszeichen, 50 Knochenmehl herunterfallen lasse. Habe ich schon wieder richtig viel Gewicht frei. Okay. Ich werde auch gleich das Knochenmehl mal verkaufen, was ich habe. Bisher habe ich eigentlich immer gedacht, ah, die Alchemie-Zutaten, die möchte ich ja noch irgendwie verwenden. Die möchte ich jetzt nicht alle verkaufen. Ah, Quatsch. Die verkaufen wir. Gerade das Knochenmehl. Weil es ist schon... Hat auch schon recht viel Gewicht, tatsächlich. Ist es so gewollt? Weil so ein bisschen buggy sieht es gerade schon aus. Aber vielleicht ist es auch gewollt. Ich weiß es nicht. Okay, wir kommen jetzt irgendwie hoch. Aber ich glaube, es bringt nicht viel. Da vorne haben wir die nächste Seite. Ich hoffe, das ist jetzt Seite 6. Verdammt! Es ist Seite 7. Scheißenrecken. Es fehlt eine Seite. Und das war ein Dietrich. Verdammt. Okay, da bewegt es sich. Perfekt. Perfekt. So. Hm. Ah, verdammt. Jetzt fehlt uns eine blöde Seite. Scheißenrecken. Es ist genau das passiert, was ich befürchtet hatte. Und zwar, dass wir irgendwo eine Seite übersehen. Aber wo? Aber wo? Was ist da hier vorne passiert? Vielleicht liegt die ja noch hier irgendwo rum. Die Seite. Diese Dungeon ist halt leider nicht klein. Die Seite kann halt mehr oder weniger überall sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Seite 6 ist. Also wir müssen nicht zu weit nach hinten, weil die waren ja auf jeden Fall chronologisch sortiert. Also ist der Suchradius quasi schon eingeschränkt. So schlimm ist es nicht. Aber trotzdem. Haben wir einen recht großen Suchbereich. Würde ich mal behaupten. So. Da vorne haben wir noch irgendwelche Gegner. Da will ich auf jeden Fall mal hin. Das sieht nämlich irgendwie spannend aus. So. Okay. Wir sind ja auf jeden Fall irgendwo in der Luft. Oh ja. Wir haben ja jeden Adronarchen genau einmal. Okay. Oh. Ach so. Das ist ein Schlamm-Elementar. Die sehen irgendwie wild aus. Sind aber eigentlich nicht wirklich gefährlich. Schlamm-Elementare. Der Schlamm-Elementar ist schon weg. Aber der... Der Rest der Elementare ist ein bisschen stärker. Wir haben ausgerechnet den Schwächsten zuerst genommen. Das war eigentlich jetzt nicht so schlau. So. Spinne. Komm. Gib ihm die Verwundbarkeit. Gut. 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 Der Eis-Elementar ist da. Der Frosty ist verwundbar. Der Sturmi ist... Ne. Ah ne. Es ist ein Erdelementar. Ich dachte, das wären... Ja, es sind die anderen. Egal. So. Der ist auf jeden Fall... Der Erdelementar ist schon gemein, muss ich sagen. Es gibt einen Schlamm und ein Erdelementar. Das macht für dich nicht so viel Sinn, oder? Naja. Und der bewegt sich auch so viel. Und der hat auch keine Verwundbarkeit abbekommen. Entweder kann er die gar nicht bekommen, oder er ist immun dagegen. Das weiß ich gerade nicht. Doch, jetzt hat er sie, glaube ich, bekommen. Da bewegt sich auch so schnell. Hilfe. Hallo. Weg dich mal nicht so schnell. Danke. Nächstes machen die Blitze nicht so viel Schaden. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Okay. Frostsalze. Dann, was hat der... Der Erdelementar hat Leersalze und Manasalz. Da haben wir da vorne noch irgendwo den Schlamm-Elementar ausgeschalten. Und dann irgendwo ist noch ein Feuerelementar oder ein Flamm-Elementar. Der muss noch ausgeschalten werden. Okay. Hier haben wir die Leersalze. Okay. Massive Truhe. Da haben wir... Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Das machen wir nachher. Die Truhe muss ich mir merken. Die ist noch eine Truhe. Da gucken wir erst nachher rein. So, es ist eigentlich auch längst Zeit für eine Aufnahmepause. Ja gut, machen wir das vielleicht. Dann machen wir doch das Ende des Dungeons in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und ciao. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag.